Die Spiele werden auch mit allen zusammengespielt. Eine Sache, die Dein Freizieh nicht hat, die Du Dir aber wünschst. Da gibt es nichts. Das Freizieh hat hier alles. Was machst Du am liebsten in Deinem Freizieh? Ich spiele hier gerne Spiele und das am meisten mit den Mitarbeitern. Warum sollte man in Dein Freizieh kommen? Es macht Dir ziemlich viel Spaß. Du wirst nett aufhoben. Es gibt hier immer offene Türen. Die Mitarbeiter hören Dir auch gerne bei Deinen Problemen zu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.